Kann man mit Aktien schnell Geld verdienen? Genau auf dieses Thema gehen wir heute ein. Dazu schauen wir uns gemeinsam mein Depot an. Ich werde euch das Ganze transparent zur Verfügung stellen. Wir werden das auch wirklich auseinandernehmen. Das heißt, wir gehen auf die einzelnen Positionen ein. Wir werden uns die einzelnen Aktien anschauen. Wir werden uns Bitcoin, Gold, P2P-Kredite und so weiter und so fort alles gemeinsam mal anschauen. Was ist mein Plan für die Zukunft? Was ist meine Strategie für die Zukunft? Was ist bisher so geschehen? Das werden wir einmal gemeinsam besprechen und mich würde wie immer eure Meinung interessieren. Das heißt, ihr könnt mir gerne in die Kommentare reinschreiben, was ihr von meiner Strategie, was ihr von meinem Plan so haltet. Und ihr könnt mir natürlich auch gerne mal eure Strategie und eure Pläne verraten bzw. auch in was ihr bisher investiert seid oder in was ihr plant zu investieren demnächst. Dazu schauen wir uns als allererstes mein Aktiendepot bei der Comdirect an, denn das ist mein Hauptdepot. Hier sieht man auch, dass wir hier einen ganz großen Cashbestand noch haben, den ich nicht investiert habe. Das Ganze hat natürlich einen Grund, aber was ich als allererstes klären möchte, ist, dass dieses Video kein Angebervideo sein soll, Leute. Ich möchte in diesem Video einfach nur in den Meinungsaustausch mit euch geraten. Mir ist ziemlich klar, dass es da draußen noch viel bessere Investoren gibt, dass es Leute gibt, die viel mehr Wissen haben. Ich bin selber gerade erst auf der Reise, lerne sehr, sehr viel dazu. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr extrem viel dazugelernt, was das Thema Aktien angeht. Und ich möchte einfach nur meine Meinung mit euch teilen und das Ganze natürlich auch von euch aufsaugen, also eure Meinungen aufsaugen, euer Wissen aufsaugen, indem ihr mir einfach unten in den Kommentaren hinterlasst, was ihr von dem Ganzen haltet. Und übrigens für alle, die jetzt hier neu sind, mein Name ist Maxim und ich bringe wöchentlich Videos auf diesem Kanal zum Thema Finanzen und Investieren. Das heißt, jeder, der von euch Lust darauf hat, einfach diesen Kanal hier abonnieren. Und jeder, der von euch mich unterstützen möchte, diesen Kanal hier unterstützen möchte beim Wachsen, da würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Für euch ist es komplett kostenfrei, nicht wirklich viel Aufwand, für mich aber wirklich enorm viel Wert als kleinen YouTuber. Und vielen Dank für alle Leute, die mich jetzt bisher in den letzten Videos so stark unterstützt haben. Das freut mich natürlich sehr. Und als allererstes gehen wir hier einmal natürlich auf die Aktien ein, auf mein Depot jetzt bei der Comdirect. Man sieht, dass mein Depot jetzt derzeit bei knapp 40% im Plus ist. Das heißt, es ist wirklich sehr, sehr gut angewachsen. Ich bespare hier derzeit drei ETFs, und zwar einmal den Automatic Robotic ETF, dann einmal Information Technology Sektor ETF und Gesundheitssektor ETF. Die werden wirklich monatlich bei mir bespart. Dort habe ich einen Sparplan, Wertpapiersparplan angelegt. Und ich habe derzeit nur zwei einzelnen Positionen bei mir im Depot, und das ist einmal Tesla und Square. Und das ist mein Plan, meine Strategie, dass wenn ich diversifiziere, dann eher über die ganzen ETFs hier und vielleicht auch, indem ich in andere Assets investiere. Bei einzelnen Aktien möchte ich aber tatsächlich so bei einer Range von drei bis maximal fünf Aktien bleiben. Eher tatsächlich sogar eher bei zwei bis drei Aktien. Das finde ich sogar noch angenehmer, denn im Grunde genommen finde ich eine Diversifikation nicht verkehrt. Aber es ist ja unter anderem auch so, dass wenn man mehr Aktien hat in seinem Depot, dass die Chance auch steigt, dass man mit den anderen Aktien nicht so viel Rendite macht, wie zum Beispiel hier mit Tesla. Und daher auch die Gesamtrendite fällt, oder beziehungsweise man hat sogar Minus mit anderen Aktien. Und das war auch so, dass ich letztes Jahr das so hatte. Ich hatte mehrere Aktien bei mir im Depot, unter anderem hatte ich da Microsoft, Johnson & Johnson hatte ich bei mir, Shell hatte ich bei mir im Depot. Also das waren wirklich viele verschiedene Aktien, die ich dort hatte. Und mit Tesla habe ich dieses, beziehungsweise letztes Jahr wirklich sehr, sehr viel Geld verdienen können. Ich habe hier euch einfach mal ein paar einzelne Kurse hier mal notiert, bei denen ich gekauft, beziehungsweise verkauft habe. Ich kann euch auch gerne mal alles einblenden, dass das tatsächlich so passiert ist, damit ihr auch wisst, dass ich jetzt hier keinen Humbug erziele, sondern das ist tatsächlich die Realität. Das allererste Mal bin ich in Tesla reingestiegen beim Kurs von 1247 Euro. Das war noch bevor das Split passiert ist. Das heißt, dort habe ich tatsächlich nur eine einzelne Aktie dann gekauft gehabt. Und später habe ich dann bei 450 wieder verkauft. Als die Kurse dann wieder nach unten gefallen sind, habe ich dann immer wieder einzelne Positionen eröffnet bei Tesla. Das kann ich euch auch einmal zeigen. Und dann habe ich damit einen durchschnittlichen Kurs von ungefähr 348 Euro erzielt bei Tesla. Danach ist Tesla wirklich, ich sage mal, sehr explosionsartig gestiegen. Zwischendurch konnte ich natürlich durch diese Käufe und Verkäufe bei Tesla ungefähr, ich sage mal, einmal 80 und dann 32% an Rendite machen. Das habe ich auch dann wieder verkauft. Also ich habe dann Tesla wieder bei 459 ungefähr verkauft gehabt und habe aber sofort wieder eine neue Position eröffnet. Denn bei mir der Plan ist, auch in Tesla langfristig investiert zu sein. Ich wollte hier schon mal ein paar Sachen für mich mitnehmen, ein bisschen traden. Konnte hier tatsächlich aber bei Tesla leider keinen geringeren Kurs mehr erwischen. Ich habe eine Position bei 459 eröffnet. Hier war der Kurs dann aber leider nicht mehr so, dass er dann noch viel tiefer gefallen ist. Ich hätte gerne natürlich wieder den Kurs verbilligt, indem ich mehr Positionen eröffnet hätte. Der Kurs ist aber danach explosionsartig nach oben gegangen. Das sieht man ja auch hier sehr, sehr schön im Chart. Und mein Plan ist natürlich, in Tesla hier drin zu bleiben. Und das ist auch das Erste, was ich so mitgeben kann, Leute. Ja, ich war auch zwischendurch mit Tesla natürlich sehr stark im Minus, wenn hier die Kurse runterfallen. Wenn wir uns das Ganze hier mal anschauen, klar, als ich hier jetzt investiert hatte und die Kurse sind immer weiter, immer weiter nach unten gefallen, da war ich auch mit Tesla im Minus. Das ist ja wohl ganz klar. Aber wenn man von einer Aktie, wenn man von seiner These überzeugt ist, dann macht es einem persönlich nicht viel aus. Das sind ja auch die Kommentare, die ich von euch unter den letzten Videos teilweise gelesen habe, dass der eine oder andere von euch im Minus ist. Lasst euch nicht entmutigen, wenn ihr natürlich an das Unternehmen und an eure Analyse glaubt, Leute. Da könnt ihr auch beruhigt drin bleiben. Und am Ende macht ihr immer noch sehr, sehr viel Geld. Hier sieht man, dass Tesla wirklich sehr stark nach oben ausgeschlagen ist. Das heißt, wir befinden uns derzeit wirklich sehr, sehr hoch von der 100-Tage- und 200-Tage-Durchschnittslinie entfernt im Tageschart. Hier habe ich auch so eine Trendlinie eingezeichnet. Und hier sind für mich die nächsten, ich sag mal, Support-Linien, die sich gerade befinden. Ich könnte mir vorstellen, dass Tesla demnächst eine kleine Korrektur erlebt. Das heißt, dass wir wieder nach unten fallen. Vielleicht fallen wir auch nur bis hier hin, zum Beispiel bis zu so einem Kurs. Vielleicht auch nur bis 600. Man kann sich das Ganze auch natürlich im 4-Stunden-Chart anschauen. Dann sieht man das Ganze auch ein bisschen genauer. Wenn wir uns das Ganze hier mal anschauen, dann könnte das hier natürlich ein Support-Level sein. Oder vielleicht auch das hier. Je nachdem, wo wir hinfallen. Ich muss mir das Ganze mal anschauen, wie viel ich dann demnächst auch wieder in Tesla reinschießen kann. Denn bei mir ist das derzeit so, dass ich ein Haus wahrscheinlich kaufen werde. Und daher brauche ich auch zu viel Bargeld. Das, was ihr bei der Comdirect gesehen habt, ist natürlich nicht mein einziges Bargeld. Ich und meine Freundin haben natürlich um einiges mehr Bargeld. Das liegt dann aber bei unserer Sparkasse auf dem Girokonto, auf dem Tagesgeldkonten. Daher müssen wir mal schauen, wie viel wir davon tatsächlich dann verwenden werden. Das ist aber so die erste Aktie, mit der ich wirklich sehr viel Geld machen konnte. Die ich derzeit auch immer noch im Depot bei mir habe. Mit der ich wirklich sehr, sehr stark zufrieden bin. Die andere Aktie, die ich bei mir ja immer noch im Depot habe und die ich auch plane, langfristig auszubauen, ist Square. Bei Square konnte ich auch wirklich sehr, sehr viel Geld machen, letztes Jahr und dieses Jahr. Wenn wir uns das Ganze mal anschauen, dann habe ich das für euch hier auch einmal markiert, dass ich bei einem Kurs von 78 Euro ungefähr das erste Mal eingestiegen bin. Als ich dort das Ganze dann verkauft habe, bei einem Kurs von 140, habe ich auch ungefähr knapp 80% Rendite gemacht. Dann später bin ich erst bei 130 wieder eingestiegen und habe das Ganze dann natürlich später wiederverkauft, genau wie mit Tesla. Habe dann auch wieder knapp 30% Rendite gemacht und derzeit sieht man auch, als ich dann wieder eingestiegen bin, ich bin wirklich tatsächlich wieder zum gleichen Kurs eingestiegen mit einer kleineren Position, aber weil ich gehofft habe, dass der Kurs hier noch viel, viel stärker fällt. Das ist das Risiko, was ich euch mitgeben kann. Wenn ihr vorhabt, in einzelnen Unternehmen, in einzelnen Aktien oder Investments langfristig zu bleiben, weil ihr davon überzeugt seid. Und das ist das, was ich auch für mich mitnehme. Dann ist dieses Traden, dieses Kaufen und Verkaufen teilweise wirklich risikoreich, denn man schafft teilweise halt diesen Einstieg nicht mehr. Und das ist, was ich für mich so mitgenommen habe, wenn man irgendwie langfristig drin bleiben möchte, dann ist es auch sinnvoller, einfach mal nichts zu tun. Das heißt nicht dieses Kaufen und Verkaufen, sondern einfach das Ganze mal ruhen zu lassen. Man sieht hier auch sehr schön, dass Square zum Beispiel im Vergleich zu Tesla von der 100-Tage-Linie und 200-Tage-Linie nicht so stark entfernt ist. Und generell, der Anstieg hier sieht viel besser aus, als bei Tesla und viel gesünder. Das waren bisher so meine Einzelaktien-Investments, die ich so nachverfolge. Wie gesagt, so sieht das bei mir derzeit aus. Ich habe natürlich noch ein kleines Konto bei Trade Republic, wie viele von euch wissen. Dort mache ich immer kleinere Trades, da kann ich euch das Ganze auch mal einblenden. Da bin ich auch derzeit in so einem ganz kleinen Trade drin. Die sind teilweise aber wirklich nicht der Rede wert. Dort habe ich jetzt einfach aus 2.000 Euro, ich hatte damals 2.000 Euro eingesetzt bei Trade Republic, das habe ich dort überwiesen. Jetzt bin ich da ungefähr bei 2.500 Euro, das heißt, ich konnte da 25% Rendite machen. Damit bin ich auch sehr zufrieden. Das nächste Investment, auf das ich eingehe, ist einmal Bitcoin. Und wie viele von euch ja auch wissen, bei Bitcoin habe ich ungefähr 250 Euro investiert gehabt. Habe ich auch schon ein paar Mal erzählt und auch gezeigt gehabt. Derzeit ist es bei 1.600 Euro. Ist etwas schade, dass ich natürlich sehr wenig Geld in Bitcoin investiert hatte. Aber dort war ich auch wirklich nicht so, ich hatte nicht so viel Zeit, mich mit Bitcoin zu beschäftigen. Mittlerweile sieht das Ganze ganz anders aus. Und wenn wir uns das Ganze mal anschauen, dann habe ich mein Geld mehr als versechsfacht bisher bei Bitcoin. Es wäre natürlich viel schöner gewesen, wenn ich dort eine größere Position eröffnet hätte. Aber dafür hätte ich mich tatsächlich auch mehr mit diesem Thema beschäftigen müssen. Wenn wir uns den Bitcoin-Chart hier mal anschauen, dort hatte ich auch einmal in einem Video angesprochen, dass ich gerne hier bei einem von diesen Leveln wieder eine andere Position eröffnet hätte, in Bitcoin nochmal so 250 Euro, 500 Euro gekauft hätte. Jetzt habe ich hier leider diesen Einstieg verpasst gehabt. Das regt mich auch tatsächlich extrem auf, denn ich kaufe meine Bitcoin, wie ihr gesehen habt, über Blockchain. Und dort habe ich eine App. Und als der Kurs hier runtergefallen ist, als wir uns hier ungefähr hier in diesem Bereich befunden haben, dann wollte ich schnell bei Bitcoin einsteigen, wollte das Ganze kaufen. Leider wurde mir aber auch, warum auch immer, bei Blockchain ein Kurs von 27.000 Euro gezeigt für den Kauf. Und für den Verkauf halt 22.000 Euro, das heißt, der Spread war sehr, sehr hoch bei Blockchain. Ich weiß bis heute nicht, ob das ein Bug gewesen ist oder warum das Ganze so passiert ist. Auf jeden Fall konnte ich dort nicht einsteigen. Ich habe es nicht eingesehen, auf einmal so eine hohe Kursdifferenz da zu zahlen. Und danach ist der Kurs dann wieder exklusionsartig nach oben gegangen. Das heißt, ich habe dort den Einstieg verpasst. Wir sehen aber trotzdem dennoch, dass wir sehr weit uns befinden vom 100-Tage- und 200-Tage-Durchschnitt. Und dass hier jetzt einmal, ich sage mal, ein kleinerer Abverkauf stattfindet. Das heißt, ich hoffe tatsächlich immer noch, dass es beim Bitcoin irgendwie wieder nach unten geht. Zumindest hier in die Richtung von 26.000, 25.000. Und dass ich dort vielleicht wieder eine kleinere Position eröffne. Und beim Bitcoin selber plane ich tatsächlich ungefähr ein Investment zu haben, dass ich 1.000 Euro gekauft habe. Das heißt, dass ich jetzt nicht im Kurs selber diese 1.000 Euro wieder spiegeln, sondern dass ich von meinem Geld für 1.000 Euro Bitcoins mir gezahlt habe. Egal zu welchem Kurs auch immer. Das andere Investment, was auch sehr schön passt zum Bitcoin, denn die beiden werden immer sehr oft miteinander auch verglichen. Und da spricht man auch vom Schutz vor Inflation. Ist einmal das Gold. Und Gold hatte ich ja auch schon Anfang 2019 gekauft gehabt. Wissen auch viele von euch. Dort konnte ich auch sehr, sehr viel Geld mitverdienen bisher. Einen Allzeithoch hatten wir hier in Euro bei ungefähr 1.700 Euro. Danach ist der Kurs wirklich abgeschmiert, könnte man sagen. Also wirklich um einiges nach unten gefallen. Hier haben wir auch so eine Trendlinie komplett durchbrochen, wie wir das sehen. Derzeit befinden wir uns in so einer seitlichen Bewegung. Hier bounced der Kurs hin und her. Mein Plan ist, bisher Gold zu verkaufen. Und zwar habe ich physisches Gold. Und da werde ich mal schauen, dass ich das Ganze loswerde. Das heißt, ich werde meine Goldposition tatsächlich auflösen. Unter anderem, weil ich die Handhabung vom physischen Gold nicht so entspannt finde, wie jetzt mit Bitcoin oder Aktien. Das ist natürlich meine persönliche subjektive Meinung. Ihr könnt mal gerne reinschreiben, wie ihr das Ganze findet. Ich finde das wirklich umständlich. Was aber ich zu allen anderen sagen kann, die wirklich drin bleiben wollen in Gold, ist beobachtet auf jeden Fall mal die 100-Tage- und 200-Tage-Linie. Denn hier befinden wir uns in einem Downtrend. Und wenn das Ganze wirklich weiter so nach unten gehen sollte und die beiden sich irgendwann kreuzen, dann befinden wir uns auf einmal bei Gold in einem Bärenmarkt. Und das sollte auf jeden Fall jeder von euch beachten. Denn das letzte Mal, als Gold in einen Bärenmarkt geraten ist, und das war dann irgendwann von 2012 an, wie ihr das Ganze hier seht, hier haben sich die Linien gekreuzt, dann ging es schon wirklich sehr, sehr lange nach unten. Aber ihr seht im Grunde genommen, dass seit 2012 bis 2019 der Kurs sich nicht wirklich verändert hat. Das heißt, man hat dann ungefähr plus minus null innerhalb von sieben Jahren gemacht. Und sollte das beim Gold jetzt wieder so kommen, dann wäre das natürlich nicht wirklich attraktiv für die meisten Anleger. Zum Schluss möchte ich mit euch noch einmal meine P2P-Kredite anschauen. Und hier sieht es auch so aus, dass ich nach und nach mein Geld abziehe, wie ich das auch vorher schon mal angekündigt habe. Das heißt, nach und nach wird hier immer weniger Geld drin sein. Jetzt derzeit ist es bei ungefähr 1.500 Euro insgesamt, was hier noch drin ist. Wobei jetzt hiervon nur knapp 800 investiert sind. 230 sind derzeit verfügbar, die kann ich jederzeit abziehen. Ich warte immer so bei, ich sage mal zwischen 300 und 500 Euro. Dann hebe ich das Geld hier auch tatsächlich ab. Und 504 Euro sind in Rückforderungen. Das ist das, worauf ich warte, dass das wirklich hier rauskommt. Ich habe eigentlich von der Rendite her mit knapp 10 Prozent eine sehr, sehr gute Rendite gemacht bei Mintus. Ich schaue mir aber erstmal wirklich die Pandemie an, die Krise mit der Weltwirtschaft an, wie sich das Ganze entwickelt, bevor ich wieder in P2P-Kredite einsteige. Ich weiß, dass viele sogar ihre Investments erhöht haben bei P2P-Krediten. Meiner Meinung nach ist es aber derzeit wirklich sinnvoll, sich mal zu schauen, wie das Ganze entwickelt. Und von diesen 504 Euro warte ich natürlich, bis ich das Ganze wieder zurückbekomme, damit ich das auszahlen kann. Hier sieht es so aus, dass meine größte Position, die jetzt zurückgezahlt werden sollte, die von Capital Services ist. Das heißt, hier ungefähr die 310 Euro sind meine größten Verluste, die ich jetzt irgendwie schauen muss, wie sich das Ganze hier entwickelt. Die positive Nachricht ist aber, dass bei Capital Service schon eine Einigung da ist mit Mintus. Das heißt, es wurde geeinigt, dass die Investoren ab Februar 2021 nach und nach das Geld zurückbekommen. Da warte ich jetzt da drauf und der Plan steht aber. Das heißt, ich werde auf jeden Fall dieses Geld, zumindest laut dem Plan, den die jetzt miteinander haben, hier kann man sich das Ganze auch mal genau durchlesen, wie das Ganze geplant ist. Aber es sieht so aus, dass ich das Geld auf jeden Fall hier zurückbekomme. Und das ist auch das Wichtigste für mich, denn das ist auch tatsächlich, wie ihr seht, die größte Position. Bei den kleineren Positionen mache ich mir jetzt dann nicht so viele Sorgen. So, das war jetzt mein Depot und meine Strategie. Wie gesagt, ich setze auf jeden Fall auf Bitcoin. Von Gold werde ich mich demnächst trennen. B2B-Kredite muss ich mir anschauen, wie das Ganze sich entwickelt. Mein Fokus liegt auf Bitcoin und Aktien. Hier werde ich auf jeden Fall auch weiter meine 3 ETFs besparen. Währenddessen schaue ich, ob ich jetzt vielleicht auch noch irgendwie andere spannende Aktien finde, in die ich investieren kann. Ansonsten baue ich meine Positionen bei Square und Tesla weiter aus. Ich würde auf jeden Fall gerne wissen, was ihr von dem Ganzen haltet. Ich werde die Diversifikation bei den einzelnen Investments, was Aktien angeht, runterschrauben. Das heißt, ich werde nicht wie früher 10, 15 einzelne Aktien bei mir im Depot haben oder wie manch andere auch 50. Das ist aber natürlich wirklich sehr subjektiv und das ist meine Strategie. Ihr könnt mal gerne unten in die Kommentare reinschreiben, was ihr von dem Ganzen haltet. In was seid ihr investiert? Wie viel Rendite konntet ihr letztes Jahr machen? Würde mich sehr interessieren. Schreibt mal gerne rein. Und ansonsten, wie immer, Leute, jeder, der Bock hat, diesen kleinen Kanal hier zu unterstützen, einfach einen Daumen nach oben da lassen, ein Abo da lassen. Ihr könnt mich gerne auf dem Weg begleiten und schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Vielleicht kann der eine oder andere von euch was für sich mitnehmen, was lernen. Vielleicht kann aber auch der eine oder andere von euch meine Fehler vermeiden. Es würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn wir den Weg hier gemeinsam begleiten würden, denn ich möchte einfach nur im Aktienmarkt Geld verdienen und ich denke, das ist auch das, was ihr machen wollt. Auf jeden Fall investiert sicher und sinnvoll, Leute. Und wir sehen uns im nächsten Video.